Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, ich muss zugeben, wo ich das erste Mal den Antrag der Grünen in die Finger bekommen habe, da habe ich mir gedacht, was hat er denn im Verkehrsausschuss und auch noch federführend eigentlich zu suchen, weil er richtet sich ja originär nach der Personalgewinnung für den öffentlichen Dienst. Als ich allerdings den Antragstext dann bis zum Schluss gelesen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, lass dich doch nicht von den Überschriften reinlegen. Es ist doch wieder mal der übliche grüne Antrag. Es geht, wie gerade eben schon gesagt wurde, darum, mehr Geld und Mittel für Fahrradwege und den ÖPNV. Tja, und eigentlich wollten wir uns ja diese Exkursion der letzten Jahrzehnte eigentlich mal sparen, aber es ist nun mal eine Tatsache. Von 2012 bis 2017 haben auch Sie in Regierungsbeteiligung dazu beigetragen, diesen Personalnotstand hier sozusagen zu errichten. Und es gehört zur Fairness und auch zur Ehrlichkeit dazu, dass seit Antritt der neuen Landesregierung hier sukzessive neu rekrutiert wird. Aber das geht halt nicht mal von heute auf morgen, das braucht seine Zeit und im Augenblick haben wir den Engpass überall. Und zwar, wie von Kollege Reuter gerade eben richtig gesagt wurde, nicht nur bei Fahrradwegen oder im ÖPNV, sondern überall auf den Straßen, Brücken, Schleusen, wo Sie hinschauen. Ja, und uns geht es darum, mit den wenigen Ressourcen, die wir jetzt haben, also wirklich mit Maß und Mitte vorzugehen. Überall. Im Augenblick geht mehr kaputt, als wir reparieren können. Noch ist das so. Und unserem Bundesland entgeht durch die mangelnde Infrastruktur, gerade der Verkehrsinfrastruktur, ergeht uns einen Schaden von 5 Milliarden Euro jedes Jahr. Aber Sie wollen Ihre Prestigeparadwege, 6,5 Meter quer durch die Pampa immer wieder durchsetzen und vernachlässigen alle anderen Verkehrsträger. Zurück zur Personalgewinnung. Ja, gut, da sind wir uns sicherlich alle einig und Sie haben das auch schon alle mitgekriegt, durch die Covid-Situation und die Maßnahmen ist eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst jetzt immer wieder immer interessanter geworden für die Leute, immer attraktiver, Stichwort Sicherheit. Und sicherlich duale Studiengänge oder Übernahmegarantien. Tolle Aspekte, auf jeden Fall. Aber ich hätte mir gewünscht, bei dem Thema Bürokratieabbau und Planungsbeschleunigung, dass da, wenn Sie das schon in Ihrem Antrag so auf den Sockel heben, dass vielleicht mal ein paar Vorschläge kommen. Kam nix. Brauchen Sie auch nicht. Sie haben nämlich was viel Besseres. Sie haben nämlich Entschuldigen. Wie haben Sie es so schön ausgedrückt in Ihrem Antrag? Die überalterten Behörden mit ihrem rückwärtsgewandten Gedankengut sozusagen. Also ich hätte jetzt im nächsten Satz wirklich noch erwartet, dass Sie sagen, in den Behörden sitzen zu viele weiße alte Männer. Also diese Trennung jetzt von der ganzen Sache. Und ich werde Ihnen mal was sagen zur Rekrutierung von Jugendlichen oder Schulabgängern oder sonst was. Es geht nur zusammen. Alt mit Jung. Erfahren mit Neueinsteigern. Und das ist ein Riesenproblem, was wir im Augenblick haben. Es geht nämlich Know-how in den Ämtern verloren. Es ist nämlich so, dass viele von den alten Hasen oder Häsen, wenn Sie so wollen, die normalerweise die jungen Leute mal einführen. Eine Schule, ein Studium bringt keine Berufserfahrung, keine praktische Erfahrung. Da muss normalerweise ein Training ran und sagen, ich führe euch mal hier in den Alltag ein, wie das Ganze funktioniert. Und das passiert im Augenblick gerade immer weniger, weil sehr viele von den älteren Mitarbeitern, nämlich jetzt alle in den Ruhestand gehen und überhaupt nicht dieser Wissentransfer fließend vonstatten gehen kann. Das ist ein Riesenproblem. Wir brauchen keine Trennung zwischen Jung und Alt. Nur zusammen geht es. Erfahrung mit Power, wenn die die jetzt noch haben nach anderthalb Jahren. Also insgesamt ein Würre-Antrag, ziemlich durcheinander und mit einer Botschaft, die ich bisher hier noch nicht erlebt habe. Bisher ist die Verkehrspolitik, habe ich von den Grünen schon erlebt, dass sie Ideologie getragen ist. Ich habe es nie anders erlebt. Aber dass jetzt noch so eine woke Identitätspolitik da irgendwie subtil reinfließen soll, da bin ich raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.